Typischer Nice-Guy-Buckdackel. Ihr beide seid auch viel zu lieb und zu nett. Frauen sortieren euch in die Versorgerschiene ein. Frauen verlieren dann halt die Anziehung. Ja, da hat er absolut recht. Meine Antwort darauf war, glücklich vergeben. Seit zehn Jahren. Anziehung ist intakt, aber viel Erfolg mit dem Nonsens. Nun ja, er hatte darauf aber nochmal eine interessante Nachfrage, die auch legitim ist. Lassen wir uns mal hören, was er dann noch zu sagen hatte. Er sagte dann, hey Andi, ist echt nicht böse gemeint. Aber wie geht das? Zehn Jahre vergeben und Dating-Coach. Du solltest doch eigentlich mehrere Mädels gleichzeitig haben. Das wäre doch so, als ob ich die Lotto-Zahlen kenne und nicht Lotto-Spiele. Zehn Jahre vergeben und Dating-Coach. Beides wahr, ja. Ist interessant, du hast es vorhin auch gemeint, Dominik. Interessant, wie die Erwartungshaltung von Menschen ist. Ja, manche sagen, du solltest doch, wenn du Dating-Coach bist, dann solltest du doch schon längst vergeben sein. Du weißt doch, wie es funktioniert. Und die anderen sagen, hey, du bist Dating-Coach, du solltest doch die ganze Zeit Frauen kennenlernen, oder? Also, wie du es machst, machst du es für die einen verkehrt oder für die anderen verkehrt. Und damit sind wir eigentlich beim Kernpunkt. Oder was ist denn dein Ziel? Im Hintergrund siehst du es bei uns, ne? Flirt-Experte für Männer mit Tiefe. Wir sind die Flirt-Coaches für Männer mit Herz. Für die Männer, die gerne die Richtige finden wollen. Denn das Ziel ist nicht, dass du dein ganzes Leben lang irgendwelchen Röcken hinterher rennst. Also, mein Ziel jedenfalls nicht. Ich weiß nicht, ob das dein Ziel ist. Wenn ja, dann bist du wahrscheinlich auf dem falschen Podcast gelandet. Aber Dominik und mein Ziel ist, wir wollten immer eine liebevolle, gesunde Beziehung haben, in der wir etwas aufbauen können. Und wir haben keinen Bock, die ganze Zeit wieder bei Null anzufangen, weil wir, und das ist auch der Grund, ist interessant. Warum eigentlich? Warum sollten wir immer wieder bei Null anfangen? Also, wenn du keine Beziehung halten kannst, irgendwann ist das ein bisschen wie das alte Sprichwort. Wenn es überall stinkt, wo du hingehst, vielleicht hast du selber Mist am Schuh kleben. Also, wenn du dein ganzes Leben lang immer wieder Beziehungen in die Tonne wirfst und du kriegst es einfach nicht hin, vielleicht liegt es da an dir. Vielleicht sollten wir dann mal an etwas ansetzen, woran es wirklich liegt. Weil das Ziel meiner persönlichen Lebensvorstellung war schon immer, eine Familie zu gründen, eine Frau zu haben, mit der ich mein ganzes Leben lang teilen kann, angekommen sein kann. Das Gefühl zu haben, angekommen zu sein und jetzt etwas aufzubauen. Und ich weiß, die ganzen Männer hinter uns, da siehst du auch nicht Bilder von Männern mit tausend Frauen um sich herum, irgendwelchen Playboy-Models, sondern das sind alles Männer in glücklichen Beziehungen. Das sind unsere Kunden, das sind unsere Teilnehmer in der Flirt-Masterclass. Das sind die Männer, die es geschafft haben, eine Partnerin an ihrer Seite zu haben. Und das ist unsere Definition von Ziel. Aber es ist eigentlich ein ganz geiles Beispiel mit den Lottozahlen, weil er sagte, das wäre so, als ob ich die Lottozahlen kenne und nicht Lotto spiele. Aber dabei ist doch der Vergleich viel eher so, wenn du nach wie vor Frauen kennenlernst, nach zehn Jahren eines erfolgreichen Berufs als Dating-Coach und du versuchst ständig immer noch, Frauen zu erobern, ist es dann nicht eher so, als ob du die Lottozahlen kennst, einen erfolgreichen Lottoschein hast, aber den immer noch nicht eingelöst hast und stattdessen die ganze Zeit immer wieder in den Kiosk renzt und neue Lottoscheine ausfüllst, neue Lottoscheine ausfüllst und umso schlimmer, du hast es vorhin geil gesagt, und dann dich auch noch aufregst, dass du immer noch nicht im Lotto gewonnen hast. Also wie bescheuert müssten wir sein, um die ganze Zeit Lotto zu spielen und nicht den Scheck einzulösen, wo wir schon längst die Gewinnerzahlen haben. Ich habe im Lotto gewonnen, mein Lieber. Deswegen renne ich nicht die ganze Zeit noch rum und versuche Lotto zu spielen, weil ich schon längst gewonnen habe im Lotto. Ich habe die Frau, die ich immer wollte. Was soll ich jetzt noch die ganze Zeit Frauen kennenlernen und versuchen irgendjemanden zu überzeugen? Nein, was ich mache und was wir machen im Coaching ist, wir gehen nach wie vor mit dir los, wir sind sozial, wir zeigen dir, wie es funktioniert und das kannst du hier auf dem YouTube-Kanal sehen. Also das sind Videos von mir, wie ich auf Frauen losgegangen bin. Ich habe 53 Frauen nach einem Date gefragt und das ist passiert, hier der Klassiker. Wir haben sehr viele von euch gesehen, wenn nicht hier oben, warte mal, hier oben müsstest du es jetzt sehen. Genau, da oben kommt es jetzt gerade. und meine Güte, manche Männer müssen halt nicht mit jeder einzelnen Frau schlafen, die auf sie stehen. Manche Männer können auch einfach mit Frauen flirten, wissen, dass sie mit ihnen zusammen eine Beziehung haben könnten und da ist sexuelle Spannung und sie entscheiden sich aber wissentlich und sagen, ich bin glücklich zu Hause. Ist das nicht das Nonplusultra, wie es sein sollte, dass du immer Auswahl hast, dass du weißt, selbst wenn es jetzt schief geht, dann habe ich nach wie vor auch jemanden, mit dem ich glücklich zusammen sein könnte. Ich habe mehrere Damen, mit denen ich zusammen mich treffen könnte und potenziell eine wirklich tolle, gesunde, fruchtbare Beziehung führen kann. Also für mich ist das die Definition von Unabhängigkeit und dich dann aus dieser Unabhängigkeit fülle, richtig, aus dieser Unabhängigkeit und Fülle heraus, dich dann zu entscheiden und zu sagen, sie, sie ist die Richtige, mit ihr will ich zusammen sein. Also um ehrlich zu sein, dass es ein Traum wird, war. Also anders soll es doch gar nicht sein. Und nur mal als kleiner Disclaimer, meine Freundin und ich haben ein Orangement, ich kann auch weiterhin andere Frauen treffen. So, aber nutze ich das jetzt die ganze Zeit? Wie gesagt, aus diesem Mangel heraus? Nee. Zu. Bin happy. So. Nur mal als Antwort auf diese sehr lustige Frage unseres Herren, User QW6ZQ9TZ7F. Folge 100 im Freundin Fitten Podcast. Puh, Dominik, das heißt, wir sind jetzt schon seit 100 Jahren. knapp 100 Jahren hier im Podcast-Geschäft. Nein, wir haben jetzt fast zwei Jahre, ähm, oder? Oder? Rechne ich gerade richtig? Bisschen mehr. Bisschen mehr. Mehr oder weniger? Bisschen mehr. 51 Wochen im Jahr? 52 Wochen im Jahr? Bisschen weniger als zwei Jahre. Mit den Pausen, die wir zwischendurch auch hatten. Aber ja, zwei Jahre. Zwei Jahre. Zwei Jahre Freundin Fitten Podcast und es darf nur noch geiler werden. Wir haben in dieser Folge übrigens etwas Witziges vorbereitet. Wir haben nämlich 24 eurer Kommentare vorbereitet, auf die wir hier eingehen werden. Kommentare aus den letzten zwei Jahren und wir möchten ja einfach mal einen kleinen Einblick geben. Wir haben natürlich die interessanteren rausgepickt, damit es nicht zu langweilig ist. Ein paar Fragen, wo es auch ein bisschen Drama ist, wo ihr bestimmt irgendwas Witziges dran findet. Wir haben auf jeden Fall auch teilweise witzige Sachen gefunden. Wir möchten euch die nicht vorenthalten. Mein Name ist Andy Friday. Herzlich willkommen zum Freundin Fitten Podcast. Wir sind die Coaches für Männer mit Herz. Wir helfen dir dabei, die Frau kennenzulernen, zu erobern und auch zu deiner Freundin zu machen, mit der du endlich mal das Gefühl haben kannst, angekommen zu sein. Und mit dabei haben wir unseren Experten für Selbstbewusstsein, Dominik van Arbe, seit 100 Folgen. Dankeschön. Seit 100 Jahren. Danke dir auch, Andy. Danke für diese wundervolle Podcast-Zeit bisher und auch für die über 10 Jahre, die wir davor auch schon miteinander zusammenarbeiten. Aber in der Form des Podcasts auch dann seit zwei Jahren jetzt. Und ja, die Podcasts, die Kommentare, die wir jetzt rausgesucht haben, da waren schon einige witzige Sachen dabei, aber da gehen auch viele Sachen in die Richtung sehr limitierende, sehr limitierende Weltsicht und auch wenn du als Zuhörer jetzt vielleicht gar nicht diese Kommentare geteilt hast oder geschrieben hast oder was auch immer, hör trotzdem zu, das wird sehr, sehr einsichtsvoll für dich werden. Genau. Ja, legen wir los mit dem nächsten Kommentar. Ja, wir haben ja auch eine, dazu ja auch positive, positive Kommentare. Also zum Beispiel von der Miri, also wir haben ja auch sehr viele Kommentare von Frauen unter unseren Videos, Podcasts und so weiter, die das loben, was wir machen. Zum Beispiel auch die Miri, die sagt, sehr gut, gut, dass du den Männern vermittelst oder dass du das den Männern vermittelst. Du bist ein wahrer Frauenversteher und Frauenversteher ist schon so negativ konnotiert so in unserer Gesellschaft. Denke ich, fühle ich, dass es so irgendwie klingt, als ob es so halt so, es geht wieder so in die Richtung so nice guy, Buckdackel, was auch immer, also geiles Wort übrigens vom Kommentar, vom Kommentar hier bevor. Haben wir noch nie gehört, aber hört sich gut an. Nie gehört, geil. Haben wir uns sehr, sehr drüber amüsiert. Genau, also Frauenversteher geht so konnotiert so in die Richtung des Ganzen, aber ja, also es ist ja gut, dass wir Frauen verstehen. Es ist ja gut, dass wir das andere Geschlecht verstehen, also auch andersrum für Frauen, dass sie uns verstehen. Es ist auch gut, dass wir auch dann unseren Nachbarn verstehen, weil nur wenn wir verstehen, können wir auch Brücken bilden und auch dann uns in die andere Person hineinversetzen. Das ist Empathie. Das ist Diplomatie. Das ist Sozialintelligenz. The Silence of Life schreibt, ich habe die Schnauze voll von Frauen, bin 56, war fast 30 Jahre verheiratet und wurde in dieser Zeit viermal betrogen, lebe jetzt mit unserem Sohn 20 zusammen, werde auswandern, alles hinter mir lassen, für meinen Sohn ist gesorgt. Tja, diesen Schmerz, den höre ich aus den Worten raus. Tut mir auch sehr leid, weil ich habe da immer ein Bild vor mir, was ich aus so vielen Männern, die ich kennengelernt habe, die eine Generation oder zwei Generationen älter waren als ich, waren, waren immer wieder diese Schicksäle, kann ich es nicht nennen, weil wir sind alle verantwortlich irgendwo für das, was wir tun, aber diese Geschichten von Männern, die in den vorgetrampelten Pfaden der gesellschaftlichen Erwartungen, der Erwartungen ihrer Eltern einfach stecken geblieben sind, die ihr Leben lang einfach genau das gemacht haben, was von ihnen erwartet wurde, die auf die Schule gegangen sind, wo die Eltern sie haben wollten, die danach eine Ausbildung gemacht haben, weil die Eltern gesagt haben, mach was Vernünftiges, die dann die erste oder zweite Frau geheiratet haben, die jemals ihnen hübsche Augen gemacht hat, die gemerkt haben, eigentlich bin ich nicht so glücklich, aber, und jetzt kommt's, die dann folgende Begriffe immer wieder verwendet haben, muss ja, es ist, wie es ist, kannst nichts machen, und diese Bloskeln, die finde ich, sind, sind, absolut traurig, das ist ein, eine Tragödie nach der anderen, wenn Männer solche Floskeln benutzen, weil es ist nicht, wie es ist, und ich muss ja nicht, das, was jetzt gerade ist, das hast du entschieden, und das hast du entschieden, weil, und da ist es eben, da kommt der Faktor Verantwortung, und was die, was die Umwelt dir gegeben hat, mit rein, weil es ist nicht hundertprozentig deine Schuld, ist das, dass du dich dafür entschieden hast, die Erwartungshaltung der anderen und so weiter, haben wir dazu beigetragen, aber definitiv ist ein Faktor auch, unsere Angst, unsere Angst, dass wir zum Beispiel, niemand Besseres finden könnten, deswegen dann mit dieser einen Frau, ewig zusammenbleiben, weil wir denken, ich muss es irgendwie hinkriegen, ich könnte ja niemand Besseren finden, und das ist eine Selbstgeschichte. Besonders halt, nach viermal betrogen worden sein, also, das, 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 das zeigt, das zeigt ja schon in irgendeiner Form, dass wir es da nicht mit einer gesunden Beziehung zu tun haben. Korrekt, ja. Und, und die, die Frage ist, also beide in dieser Beziehung, ohne dich zu kennen, Personen, die das geschrieben hat, ihr beide wart ja anscheinend nicht glücklich. Und ihr beide habt versucht, euch an etwas festzuhalten, was der Status quo für euch war. Vielleicht für die Kinder, für das Kind, für den Sohn zusammenzubleiben. Oder was? So was, aber, ja. So was bei meinen Eltern, genau so. Die sind aufgrund von Religion und von Erwartungen zusammengeblieben, 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 tot, unglücklich. Zu Hause gab es ständig nur Streit und Tränen. Und, also, ich habe, ich habe gesagt, das, das, das will ich so nicht machen. Das will ich so nicht haben, wenn, wenn ich eine Familie gründe. Ähm, das, das war echt für mich ein, 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 ein großes Negativ, Beispiel für, ähm, für Beziehungsdesign, wie ich meine Beziehung designe und auch, wie ich meine Partnern auswähle. Also, ich habe es vorhin erwähnt im Intro, aus dem Grund, ähm, aus dem Grund finde ich, aber das ist eine persönliche Entscheidung. Ne, ich war auch lange Zeit monogam, ähm, vergeben, aber ich habe entschieden, als langfristiges Modell für mich, langfristig über den Rest meines Lebens, möchte ich die Exklusivität haben, die aus einer freien Entscheidung heraus beruht. Das bedeutet, jeden Tag möchte ich mich für meine Partnerin entscheiden. Ich kann mich allerdings nur für etwas entscheiden, wenn ich eine Wahl habe. Wenn ich keine Wahl habe, dann ist es keine Entscheidung. Dann bin ich gezwungen. Dann ist es eine, eine Verpflichtung. Und, und ich bin vollkommen bei dir, wenn du sagst, ja, aber die Verpflichtung hat doch was Romantisches und ich möchte diese Verpflichtung eingehen. Alles gut. Ne, das finde ich auch genauso schön. Ich habe für mich einfach nur gesehen, aufgrund der Geschichte von meinen Eltern, weil dort sind auch viele, äh, viele Sachen schiefgegangen, die eben Untreue betreffen, dass, ich finde das einfach nur schade, und ich habe es auch oft gesehen an anderen Pärchen, die so toll zusammenpassen, und dann hat einer eine Affäre, ein Abenteuer, oder die beiden haben, haben eine schwierige Phase von mehreren Jahren hinter sich und sie versuchen irgendwas zusammenzuhalten, was nicht zusammengehören will und, und dann hat einer einen One-Night-Stand und dann trennen sie sich, aber eigentlich, eigentlich, eigentlich lieben sie sich total und da gibt es genügend Hinweise darauf, dass, dass wir nun mal unterschiedliche Arten von Menschen sind und dass manche Menschen mehr mit monogamen Systemen zurechtkommen und dass andere Menschen mehr zurechtkommen, wenn sie eben Auswahl haben. Ich persönlich, in mir schlagen, so war das schon immer, in mir schlagen zwei Herzen. Ich will diese romantische Vorstellung in einer Hütte irgendwo in Norwegen und mit meinem Sohn zusammen angeln gehen und ich habe eine große Familie, da schlägt mein Herz in die eine Richtung. In die andere Richtung schlägt mein Herz, mein Leben lang Abenteurer sein, Welt bereisen, Frauen kennenlernen und das machen, was ich in meinen Zwanzigern gemacht habe. So, um beides zu vereinbaren, habe ich echt etwas und das hat Arbeit erfordert und viel Gespräche, aber habe ich diese Konstellation gefunden, die einfach funktioniert und für mich ist das eben diese freie Entscheidung jeden Tag. Jeden Tag entscheide ich mich für meine Partnerin und das macht, das hält das Ganze echt am Leben. Das hält das Ganze leidenschaftlich, romantisch. Wir geben uns Mühe, wir machen noch Sport, wir hocken nicht einfach nur vom Fernseher und erwarten, dass der andere putzt oder sowas. Wir wollen jeden Tag den anderen wieder aufs Neue verführen und das macht das Ganze aus und die Möglichkeit zu haben, wenn wir mal auf Reisen sind, mit jemandem anderen ein Abenteuer zu haben, ist da und das ist toll, auch wenn wir es nicht die ganze Zeit nutzen müssen, wie so ein Kanickel, ist das einfach eine tolle Möglichkeit, die mir auch diese langfristige Vision erlaubt, zu sagen, ich weiß 100 Prozent, wir kriegen es hin und selbst wenn irgendwann mal irgendwas passiert, dann ist das nicht ein automatisches Aus der Beziehung, wie es jetzt bei meinen Eltern der Fall war, die dann trotzdem zusammengeblieben sind wegen Religion und das ist halt einfach unnötig, traurig und Tja, gut, wie sind wir drauf gekommen, Dominik? Weil er viermal betrogen wurde. Viermal betrogen worden und beide waren nicht glücklich damit. Und also, ich finde ja interessant, um dann auch vielleicht diesen Kommentar abzuschließen, um zum nächsten zu springen, ich finde ja interessant, dass dieser jemand einen Podcast geschaut hat zum Thema, also wahrscheinlich ging es um ein Thema, wie du dich mehr als gutherziger Mann fühlen kannst und als gutherziger Mann dann auch ein Geschenk für Frauen sein kannst, was ja entsprechend die Message of this podcast is und darauf hat er geklickt und dann nach einigem Zuhören dieses Podcast dann sich entschieden für die Antwort, ich hab die Schnauze voll von Frauen, weil es anscheinend vielleicht viel zu viel Arbeit war, viel zu viel, ja, die Blockade zu groß war, diesen Weg zu beschreiten und dann einfach gesagt hat, nee, 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 passt für mich, ich hab die Schnauze voll. Und das Und ich hätte die Schnauze auch voll. Häufig. Ja, aber ich hätte die Schnauze auch voll, wenn ich, wie sagt er, 30 Jahre, wenn ich 30 Jahre lang meinen eigenen Wert verleugne, und alles durchgehen lasse und eine unglückliche Beziehung über 30 Jahre hinweg führe, können wir jetzt nur von ausgehen, ich geh jetzt mal davon aus, aufgrund seiner Worte, eine unglückliche Beziehung 30 Jahre lang führe und es nicht hinbekomme, diese Konstellation zu verändern, mit ihr gemeinsam zum Paartherapeuten zu gehen oder das Ganze mal ordentlich anzusprechen und eine Lösung zu finden, wie wir wieder Liebe reinbekommen können, ja, dann hätte ich auch die Schnauze voll. Das Traurige ist eben, dass er eben nicht eine Lösung gefunden hat, als diese 30 Jahre noch am Anfang waren, also nach zwei Jahren, nach einem Jahr, direkt am Anfang schon, warum so viel Zeit vergehen musste, das ist ja unnötig. Traurig, aber unnötig. Ja, hast du, wollen wir zu deinem Kommentar wechseln? Aber wir haben ja auch noch wieder einen positiven Kommentar vom guten Martin, der sagt, vielen, vielen Dank, ich habe genau das gemacht, was du gesagt hast und habe jetzt meine Traumform. Ja, schön. Hätte ich damals nicht die Initiative ergriffen und sie einfach geküsst, unglaublich. Vielen Dank, dafür hast du mein Leben verändert. Yes, ah, das freut mich. Vielen Dank dafür, du hast mein Leben verändert. Genau. Ja, das freut mich. Sie einfach geküsst, Initiative ergriffen. Es ist eben interessant, wie immer wieder auch Männer uns das Feedback geben, dass das genau der springende Punkt war. Der Michael, der demnächst auch, von dem du ebenfalls eine Geschichte hier sehen wirst, der auch hier hinten zu sehen ist. Ganz oben rechts. So, ganz oben rechts. Der Michael, der hat ebenfalls erzählt, wie für ihn der springende Punkt nach dem Coaching war, dass er mit dieser Frau irgendwie viermal auf dem Date war und er hat gedacht, oh, ich verpasse den Zug und dann hat er gesagt, dann musste ich mich an deine Worte erinnern, Andy. Auf dem Date im Zweifel küsst sie einfach. Und dann hat er das einfach gemacht, hat sie geküsst und jetzt sind sie seit, ja, mittlerweile seit zwei Jahren zusammen oder länger. Also, wunderschön. Ja. Beziehungsweise auch das Feedback, wo die Angst ist, ist der Weg von der letzten oder vorletzten Podcast-Folge, was ja ebenfalls einer der Männer gesagt hat. Wunderschön. Okay. Als nächstes haben wir den Gummiboot-Treiber und er hat geschrieben, manchmal hätte ich schon gerne eine Beziehung oder intimeren Kontakt zu Frauen. Das Wenn lassen wir mal weg. Kommen wir zum Aber. Meine Lebensumstände und mein Selbstbild sind davon meilenweit entfernt. Okay, Lebensumstände und Selbstbild. Okay. Andererseits finde ich es auch meistens ganz komod, da Beziehungsfindung auch Stress sein kann. Ich fange sogar manchmal an, ein wenig zu flirten, ziehe mich dann aber sehr schnell zurück, weil besser so... Ist das wirklich besser so? Oder... Für wen? Ja. Ist es vielleicht eher einfach nur die Sicht auf, was könnte schiefgehen und wenn etwas schiefgeht, was deklarieren wir als schiefgehen? Weil für viele ist, eine Frau gibt mir einen Korb oder hat kein Interesse oder eine Frau sagt, ich bin vergeben. Selbst wenn eine Frau dich anlächelt und strahlt und total happy ist, dass du mit ihr redest und dann sagt, ja, ich bin vergeben, haben wir auch schon mal in einigen Folgen, ich glaube mit Makako letztes Jahr oder vor zwei Jahren, haben wir in einer Folge ebenfalls jemand gehabt, einen Kommentar, den wir vorgelesen haben und der hat gesagt, ja, ich habe mir Mühe gegeben, ich habe alles gemacht, alles gemacht und jetzt habe ich sie angesprochen und dann hat sie mit mir geflirtet und war happy und hat gelächelt und dann hat sie gesagt, ich bin aber leider vergeben und dann sagte er, das war's, ich werde nie wieder eine Frau ansprechen, das tue ich mir nicht mehr an und so weiter und so fort. Es ist die Sichtweise, gell? Also für mich ist das ein wunderschönes Kompliment, wenn eine Frau lächelt, mir flirtet, happy ist und mir dann sagt, ich bin aber leider vergeben. Also genauso soll es doch sein. Gerade wenn ich aus der Ecke komme, so ich habe ganz große Angst davor, Frauen anzusprechen und ich überwinde mich jetzt und dann führt eine Frau, die ich gerade angesprochen habe, wahrscheinlich eine Frau, die ich wahnsinnig, wahnsinnig heiß, attraktiv, hübsch finde, gerade die flirtet dann mit mir, spricht eine ganze Zeit mit mir, gerade das ist doch dann so, gerade das Zeichen, genau, mach hier weiter. Nur weil der erste Schuss nicht geklappt hat? Hör mal. Ja. Also dies, zu dem Kommentar gerade noch mal so, meine Lebensumstände, meine Lebensumstände und mein Selbstbild sind da von Meilen weit entfernt. Also, Opferrolle. Opferrolle, ganz, ganz, ganz wichtig. Wer schreibt sowas? Oder wer sagt sowas über sich? Der sich damit, jemand, der sich damit identifiziert, dass sein Selbstbild ganz besonders schlecht sein muss, dass seine Lebensumstände ganz besonders schlecht sein müssen, der, der kriegt eine ganz, bekommt eine ganz große, einen ganz großen Dopaminausstoß davon, wenn er das der Welt kundtun kann. Denn was meine Identität ist, so lebe ich auch und wenn ich meine Identität zeigen kann der Welt, dann belohne ich mich dafür. Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin Nichtraucher und alle meine Kollegen gehen zur Pause rauchen und bekommen dadurch ihr Kick an Dopamin, ich bekomme dann als Nichtraucher meinen Dopamin-Kick, indem ich sage, geht ihr mal, ich bin ja Nichtraucher. Ich rauche ja nicht. So, das fühlt sich für mich dann gut an, weil ich das nicht mache. So, und jemand, der halt dann sagt, meine Lebensumstände und mein Selbstwert sind kacke, der freut sich dann darüber. Das heißt, um das abzulegen oder um da rauszukommen, darfst du das ablegen. Aber die Frage ist, das willst du wahrscheinlich nicht. Willst du das? Ist dann die Frage. Und, ähm, deswegen willst du halt auch nicht weitergehen, wenn du, wenn eine Frau mal mit dir ein bisschen flirtet. Deswegen ziehst du dich dann auch zurück, weil sich das für dich unbekannt und dadurch gefährlich anfühlt, obwohl du, obwohl ein Teil von dir das eigentlich möchte. Aber dieser große Teil, der die Identität von dir ist, der sagt dann so, nee, nee, ich möchte ja, ich möchte mich ja lieber zurückziehen. Ich möchte der Frau und das sind dann so noble Gedanken, die du, die du vorher vorschiebst. Ich möchte der Frau ja nicht so jemanden anmuten, der, ähm, der so wenig Selbstwert hat, der so wenig Selbstliebe hat, der ganz, ganz schlechte Lebensumstände hat. Damit könnte sie ja nichts anfangen. Deswegen nehme ich ihr im Vorfeld schon die Chance, mich kennenzulernen. Das ist besser für beide. Und das ist Manipulation. Also damit sagst du, ich weiß besser für die Frau, ähm, ich weiß, was besser für die Frau ist, als was sie, als was, als was sie weiß. Wie geht der Satz? Ja, ja, ich weiß besser für sie, als das, was sie will. Ach, ich krieg's auch nicht. Schreib mal in die Kommentare, wie der Satz geht. Wir sind wir wieder bei den Sprüchen. Und das ist die genaue Geschichte, von der wir schon hundertmal geredet haben, was Ronnie Ware in ihrem Buch geschrieben hat. Die fünf Dinge, die die Sterbende am meisten bereuen. Das ist genau das. Wenn Leute ihr Leben irgendwann verlassen und sagen, ich wünschte, ich hätte mehr das Leben gelebt nach meinem eigenen Design. Ich wünschte, ich hätte gerne, ich wünschte, ich wäre mutiger gewesen und wäre Schritte gegangen, anstatt auf die Meinungen anderer zu hören oder meine eigene Angst zu hören. Das ist genau das. Dieser Mann ist genau jetzt an diesem Punkt, dass wenn er in eine Zeitmaschine steigen würde, 20, 30 Jahre in die Zukunft, und er ist dann an dem Punkt, wo er sich aus dem Leben verabschiedet, dass er dann exakt das bereuen wird. Exakt das. Also diese Weitsicht sollten wir doch alle haben, dass wir sagen, hallo, ich will das nicht später bereuen. Auf gar keinen Fall. Wenn ich später gehe, dann will ich, dass um mich herum meine Freunde, meine Familie, meine Kinder, meine Enkelkinder sind und dass alle mit einer Träne im einen Auge, mit einem Lächeln im anderen Mundwinkel da sitzen, da stehen und sich dankend von mir verabschieden, ich mich dankend von ihnen verabschiede und jeder, ja, traurig, aber im Frieden ist und sagt, Mann, Dankeschön, hast du echt gut gemacht und ich sage, Mann, das war auch echt, ich bin echt zufrieden mit meinen Entscheidungen und jetzt kommt das nächste Kapitel. So sollte es doch sein, oder? Also für mich ist das ein ganz großes Ziel, das ständig über mir schwebt, was mir unglaublich wichtig ist und um das zu erreichen, muss ich einfach gewisse Dinge tun und die gewissen Dinge sind nicht so kompliziert, aber sie haben mit unserer eigenen Angst zu tun. Sie haben 100% damit zu tun, dass wir nicht zulassen können, dass unsere Angst unsere Zukunft definiert. No way lasse ich das zu. Ich bin auch nur ein Mensch, es gibt Momente, da gewinnt mal die Angst, aber als grundsätzlicher Tenor darf auf gar keinen Fall die Angst gewinnen. Auf gar keinen Fall. Gerade wenn es solche Ängste sind, wo wir eigentlich im Inneren genau wissen, eigentlich habe ich ja nichts zu verlieren. Das sind die schlimmsten Ängste, wenn wir auf sie hören. Das ist jetzt was anderes, wenn du ohne Fallschirm aus dem Flugzeug springst und da ist die Angst legitim. Aber wenn du Angst hast, wenn du Angst hast, auf eine Frau zuzugehen und Hallo zu sagen, weil, was sagt er, es kann Stress sein, ich ziehe mich schnell zurück, wenn ich dann flirte, weil besser so. Vielleicht lächert dieser Mann auch einfach viel zu viel Pornos zu Hause an und ist dann einfach ständig ohne Energie und sagt, ja, wozu soll ich jetzt noch eine Frau kennenlernen? Ich habe ja jetzt schon das bekommen, was ich will. Aber das ist meiner Ansicht nach auch eine ziemlich traurige Existenz. Das musst du halt selber erkennen, ob das traurig ist oder nicht. Ja, Dominik? Ja, lass mich gerade mal reingrätschen zum Thema Angst und Bereuen. Ich denke, es gibt zwei große Ängste. Es gibt halt zwei Kategorien von Ängsten und es gibt einmal die Angst, die unser direktes Überleben betreffen. Entsprechend so, wir haben eine in unsere Zellen einprogrammierte Angst vor Schlangen. Also das heißt, wir reagieren direkt darauf, ob du jetzt eine ganz bewusste Phobie davor hast, aber unser Körper reagiert direkt darauf, unser Körper reagiert direkt auf Höhe, auf das Gefühl von Fallen. Das sind direkt so einprogrammierte Ängste, die die Überlebensreaktion triggern. So zum Beispiel auch, wenn einfach gewalttätige Gefahr droht, also Angriffe auf der Leben. Das ist, glaube ich, klar. Kategorie eins. Kategorie zwei ist die Angst, die ich gerne beschreibe als die Angst vor unserer eigenen Größe. Und da muss ich gerade daran denken, das habe ich gerade parallel mal rausgesucht. Es gibt ein geiles Zitat von Nelson Mandela, als er seine Präsidentschaftsantrittsrede gehalten hat. Und ich lese das ganze Zitat nicht, ich hole nur die ersten zwei Zeilen. Unsere größte Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind. Unsere größte Angst ist, dass wir grenzenlos mächtig sind. Und das finde ich furchtbar geil. Unsere größte Angst ist, dass wir feststellen, dass wir unendlich sind. Dass wir alle alles erreichen können, was wir erreichen wollen. Und dann feststellen, dass wir vielleicht die ganze Zeit nicht danach gelebt haben. Ja. Und das erinnert mich ganz stark daran. Ich meine, so viele von uns beschweren sich so gerne über Politik, aber wenn irgendjemand die Möglichkeit hätte, hey, wärst du gerne Bundeskanzler? Würdest du das gerne anders machen? Wenn wir hier echt von Realität sprechen, dann werden 99,9% von uns sagen, nee, die Verantwortung, die will ich nicht tragen. Also die Verantwortung wollen wir nicht tragen, so viele Entscheidungen treffen zu können, die einen Ausmaß haben, was ja, wie du sagst, sehr viel Macht beinhaltet. Das wollen wir nicht. Davor haben wir Angst. So. Wenn wir davor Angst haben, mehr Entscheidungen treffen zu können, mehr Macht haben zu können, dann geben wir diese Entscheidungen ab. Dann geben wir die Macht ab. Und dann leben wir genau dieses vorgefertigte Leben, wo wir dann irgendwann sagen, ja, ist so, kannst nichts machen, muss ja. Musst du nicht. Du kannst, du musst nicht gleich Bundeskanzler werden, aber ab und zu einfach zu sagen, so, nee, 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 nee. Der Job, der gibt mir überhaupt nichts mehr. Ich kriege weder Anerkennung, noch Lob, noch ist meine Bezahlung gut. Ich bin total unzufrieden. Die Arbeitskollegen, die sind alle schrecklich, aber ich bleibe halt da, weil muss ja. Nee, muss nicht. Da gibt es eine Änderung und die kannst du jetzt sofort hervorrufen. Zum Beispiel. Oder mit der Partnerin. Oder dass du einsam bist. Und du sagst, ich will nicht mehr einsam sein, ich will eine Lösung haben, ich will einen Leitfaden haben. Okay, www.flirtanalyse.de Kostenloser Leitfaden. Dort findest du deinen Flirt-Tipp heraus, wir geben dir ein Charisma-Potenzial, Einschätzung deiner Fähigkeiten, von dem, was du schon längst gut machst, von dem, was du noch kannst. Und dann hast du einen Leitfaden, wie du in den nächsten Monaten tatsächlich der Mann werden kannst, der die Traumfrau kennenlernt, die er immer haben wollte. Ist es manchmal schwer, manchmal leicht? Ja, so ist das Leben. Aber was ist die Alternative? Das da? Definitiv nicht. Was der Mann da geschrieben hat? Für mich jedenfalls nicht. Right. Was hat noch jemand geschrieben? Ist der beste Kommentar. Ist ein positiver Kommentar. Ist der beste Kommentar eigentlich. Und eigentlich wollen wir nur diese Kommentare lesen. Immer nur Liebesbriefe bitte. Andy Friday hat es drauf. Endlich sagt es mal einer. Endlich spricht es mal einer aus, was wir alle denken. Okay. Dankeschön. Aber das ist es doch, oder? Endlich spricht es mal einer aus, was wir alle denken. Wenn wir das doch alle schon immer mal gedacht haben, wenn wir alle in uns sowieso dieses Gefühl haben, eigentlich muss ich kein Assi sein, ich muss kein Alpha-Arsch, irgendwas werden, der ich nicht bin. Aber mich zurückzuziehen und Angst zu haben, ist auch nicht das Richtige. Wie kann ich denn als mutiger, herzlicher Mann Erfolg haben? Ich meine, dann bist du doch genau auf dem richtigen Pfad. Und damit hast du auch schon 90% des Weges erkannt. Unabhängigkeit, Mut, sodass du den Schritt gehst, der außerhalb deiner Komfortzone ist und dem, was dir bequem ist. Du sagst, ich fühle mich hier gerade bequem, dass ich zu Hause sitze und nichts machen muss. Ich kann hier im Internet swipen, scrollen. Das ist easy. Da muss ich mich nicht überwinden. Da kann ich einfach irgendwelche Fotos einstellen und den Algorithmus den Rest erledigen lassen. Was sind die Ergebnisse? Sehr unzufriedenstellend. Okay, also, das reicht anscheinend nicht, um glücklich zu werden mit einer Partnerin deiner Seite. Ich muss also außerhalb dieser Komfortzone gehen. Ich muss mich wagen, neue Dinge zu tun. Ich muss flirten lernen. Okay, so. Das bedeutet es, mutig zu sein, unabhängig zu werden, vom Ergebnis unabhängig zu sein, zu sagen, ich probiere einfach Sachen aus. Ich entwickle mich weiter. Ob es klappt, ob es nicht klappt, ist egal. Ich will mich entwickeln. Ich will meine Persönlichkeit entwickeln, mich entfalten. Da hast du die Unabhängigkeit und dann, wenn du eine Frau hast, die dir richtig toll gefällt, jetzt darfst du der Romantiker sein und zwar auf eine total unabhängige Art und Weise, dass du sagst, ey Mann, meine Güte, du gefällst mir total. Ich bin Andi. Hi, wer bist du denn? Das sind die zwei Faktoren, Unabhängigkeit und Verehrung und so kommen wir dann ans Ziel, mein Lieber und es ist immer wieder dasselbe und diese Basics, die sind einfach essentiell und die stecken in uns. Also, alles, was ich gerade gesagt habe, ist jetzt nicht irgendwie super krass neu für dich, oder? Das ist irgendwie selbstverständlich auf eine gewisse Art und Weise. Darum sage ich es auch immer wieder, es sind die Basics. Die Basics bringen uns ans Ziel, nicht irgendwelche verrückten Sprüche oder Techniken oder dass wir besonders irgendwas Neumodernes, Alphamäßiges sein müssen, was vielleicht klassischer Alpha ist. All dieser Quatsch. Wenn du deine Großeltern anschaust, die vielleicht noch aus einer Generation kommen, wo das Leben nicht so leicht war oder deine Urgroßeltern, die vielleicht Deutschland wieder aufgebaut haben, mussten die besonders krass sein oder haben die sich einfach entschieden, zu arbeiten, ihr Leben zu verbessern, haben sich für die Liebe entschieden, aus Unabhängigkeit heraus entschieden und sind dabei geblieben. Also, Romantik ist nicht tot, mein Lieber. Du musst jetzt nicht zu irgendwelchen neuen Extremen gehen. Die Wahrheit, die hat schon immer in dir gesteckt. Es ist das Gefühl von Reue. Jedes Mal, wenn du etwas bereust, dann ist da dein Kompass. Ah, das sollte ich nächstes Mal nicht tun. Manche Leute nennen das die Stimme von oben. Manche Leute nennen das Gott. Nenn es, wie du willst. Aber wir haben es in uns. Und darauf dürfen wir viel öfter hören. Okay, hier haben wir auch schon etwas, was perfekt passt zum Thema. Müssen. Der Gummiboot-Treiber, habe ich das nicht schon gehabt? Nee, habe ich es noch nicht. Der Gummiboot-Treiber hat gesagt, müssen und dürfen haben für mich einen ähnlichen Bedeutungscharakter. Wahrscheinlich, weil wir im Video davon geredet haben, dass du nichts musst, sondern Dinge tun darfst. Das war im Video von den fünf Fehlern oder so, die dein Selbstbewusstsein zerstören. Und da ging es darum, dass wir das Wort müssen durch dürfen ersetzen dürften. Ja, er sagt hier noch weiter, wobei müssen stärker ist und dürfen ist mehr, jetzt darf ich das auch noch machen. Danke für den Scheiß. Ja. Und das ist so, das ist so, es gibt, es gibt sogenannte Gegenbeispiel-Sortierer. Und das ist so ein Begriff aus dem NLP. Das ist ein kleines, kleines witziges Gimmick, um Menschen einzukategorisieren, um herauszufinden, wie man am besten mit ihnen spricht, damit man besser mit ihrem Unterbewusstsein spricht. Und es gibt gewisse Gegenbeispiel-Sortierer und die sind von Natur aus so, dass sie einfach generell gegen alles sein müssen. Also einem Gegenbeispiel-Sortierer, der wird, wenn du ihn fragst, es gibt vielleicht nur noch eine Suppe zu Hause und du fragst ihn, möchtest du die Suppe essen, wird er sagen, nein. Wenn du ihn aber fragen würdest, du möchtest die Suppe nicht essen, oder? Wird er sagen, doch möchte ich. Einfach, weil er dagegen sein möchte. Und das ist so, das ist so ein Beispiel dafür. Dieses, wenn wir sagen, ich, so wie du es auch gerade sagtest, Andi, mit dem Beispiel, was viele Menschen haben mit, muss ja, oder ich muss jetzt das auch noch machen, ich muss ja zur Arbeit, ich muss ja jetzt noch, ich bin Mitte 30, ich muss jetzt langsam mal heiraten. Das ist alles Zwang. Müssen ist Zwang. Und es gibt natürlich das andere semantische Müssen, im Sinne von so, ich platze, wenn ich das jetzt nicht mache. So, ich muss das machen. So, ich muss die Welt retten. Das freut sich, das fühlt sich für mich richtig gut an, da freue ich mich. So, ich, ich muss das unbedingt machen, sonst hat mein Leben keinen, keinen Zweck, keinen Sinn. So, das ist ein anderes, anderes semantisches Müssen, aber was dieses Müssen ausdrückt, ist so, ich bin so dankbar, dass ich das machen darf. Und wenn wir müssen durch dürfen ersetzen, dann nimmt das eine ganze Menge Zwang, den wir von irgendwie der grauen Masse auf uns gesetzt bekommen. Und daher, wenn wir sagen so, ich darf morgen früh um 6.30 Uhr aufstehen, statt ich muss morgen um 6.30 Uhr aufstehen. Ich darf morgen um 6.30 Uhr aufstehen, weil ich darf dann, ich darf dann zur Arbeit fahren und ich darf dann, ich darf dann hier acht Stunden etwas machen und damit darf ich dann mein Geld verdienen. So, das ist, das ist viel mehr, viel mehr Leichtigkeit da drin. Und es kommt ja von, von natürlich von der Kindheit. Also, als, als Kinder haben wir ja von, von unseren Eltern Verbote und Erlaubnisse bekommen. Und Verbote waren meistens für die Dinge, die wir eigentlich tun wollten. Also wurden die uns verboten. Und Erlaubnisse waren dann, okay, jetzt darfst du mal das tun, was du eigentlich tun willst. Du darfst jetzt den Lolli haben. Du darfst jetzt auf den Spielplatz. Du darfst jetzt länger aufbleiben. Also, dürfen ist eigentlich konnotiert mit Dingen, die wir gerne machen wollen. Also, du darfst länger ausschlafen, ne, in dem Beispiel. Genau deswegen, wenn du dann sagst, ich darf heute um 6 Uhr aufstehen, dann verarschen wir uns selber. Wir überlisten unser kleines Reptilien-Gehirn, dass wir sagen, ah, eigentlich will ich ja gar nicht um 6 Uhr aufstehen, aber ich darf. Oh, dann muss es ja was Tolles sein. So, und da denken wir, das ist, da denken wir, das ist doch irgendwie, gehopst wie gesprungen. Aber es sind all diese Basics, die dann dazu führen, dass du eben dein Leben ganz anders antagst. Ganz genau. Sprache ist die Kleidung der Gedanken. Und so wie wir sprechen, so denken wir dann entsprechend auch. Und wir können es natürlich dann auch genau andersrum nochmal beeinflussen. Also, das geht halt nicht nur in eine. Das ist nicht monokausal. Das geht halt in beide Richtungen. Wenn ich dann, wenn ich sage, jetzt darf ich um 6 Uhr 30 aufstehen, ich darf überhaupt früh um 6 Uhr 30 aufstehen, dann fühlt sich das schon gut an und ich fühle mich gut dabei. Wenn ich aber sage, ich muss, dann hat das eine Schwere. Dann ist das so, ich bin nicht Herr meiner, 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 meines Lebens. Ich werde fremdbestimmt. Aber wenn ich sage, ich darf, dann ist das, ach, hier ist so viel Freiheit, hier ist so viel Expansion, hier ist so viel, so viel Leben. Wie du sagst, das sind die Basics. Nächster. Nächster. Von der guten Caro. Viele Frauen kommentieren auch unter unseren Videos und Podcasts. Hey Andi, ich bin selbst ein Mädchen und finde es echt stark, wie du Frauen ansprichst. Also, wow, ich mag deine Videos sehr. Dankeschön. Hallo Caro. Dankeschön. Sehr schön. Ich denke, wir können daraus jetzt nicht viel ableiten als Feedback. Es sei denn, du hast noch was, Dominik, und so würde ich zum nächsten gehen. Es ist halt, es ist halt geil. Ich finde, ich finde diesen, diesen Kontrast krass. Also, wenn Frauen sich, warum auch immer, irgendwie unsere Videos anschauen, unsere Podcasts anschauen, auf unseren Content stolpern, weil das ist dann so, warum, also warum sollte der YouTube-Algorithmus das tun, aber manchmal, manchmal stolpern sie dann darüber und dann schauen sie sich das an, weil sie natürlich sich dann auch irgendwie getriggert fühlen. Ach, guck mal, hier sind wieder irgendwelche Idioten, die dann über, über, über Frauen ablästern und dann hören sie sich das an und sie fühlen sich inkludiert. Sie, sie finden die Message gut. Positiv überrascht. Sie loben, sie, sie, sie loben die Message dafür, dass, dass sie entsprechend Männer und Frauen auf Augenhöhe bringt, anstatt irgendwie, du musst Frauen so und so behandeln oder auf der anderen Seite ist es ja genauso. also das, das was wir als Männer, als Red Pill und was auch immer kennen, das gibt es ja bei Frauen genauso und das hilft ja niemandem weiter. Also das ist sehr cool, wir freuen uns sehr darüber, wenn, wenn gerade Frauen sich das, sich das anschauen und dann so positiv überrascht sind. Cool. Ja man. Danke Caro. Als nächstes haben wir Max Meier, der schreibt, Stelle 28, dass ich nicht gut genug bin, entscheiden schon die Frauen und nicht ich. Die Frauen, die ich will, haben statt mir einen oder mehrere Typen, die zu 99 Prozent größer, schöner und reicher sind als ich. Hier haben wir es mal wieder mit einem Gedankenleser zu tun, der genau in die Geldbeutel von den ganzen Männern schauen kann und weiß, wie viel die alle verdienen. Oder wir haben es hier mit jemandem zu tun, der einfach sich selber weniger wert sieht als alle anderen. Und damit haben wir den Nagel auf den Kopf gehauen, selbst wert. Wie viel wert schreibst du anderen zu, obwohl du es nicht weißt? Du schreibst ihnen zu, die müssen Millionäre sein. Dir selber schreibst du natürlich weniger wert zu. Ah, die anderen, die müssen wohl größer und schöner sein als ich. Alles klar, ich bin nicht gut genug. Dominik, wie groß bist du nochmal? 1,74. Ist jetzt auch nicht der große, krasse, schöne, große Standard. 1,74. Wahrscheinlich, wenn wir vom Durchschnittsdeutschen sprechen, vielleicht ein paar Zentimeter drunter? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, ja. Ja. Okay, tut mir leid, Dominik. Dein Leben ist leider vorbei. 2, bitte verlass deine Freundin sofort, weil eigentlich will sie dich nicht. Ja, ich werde dir das sagen, dass ich zu klein bin. Ja. Besser so für sie. Also, das ist ja, es fängt ja schon an mit dem, das entscheiden ja schon die Frauen, ob ich gut genug bin und nicht ich. Und nee, nee, es heißt Selbstbild und nicht Fremdbild. Es heißt nicht Selbstbewusstsein. Es heißt Selbstbewusstsein und nicht Fremdbewusstsein. Ich muss mein Fremdbewusstsein aufbauen. Nee, und vor allem musst du auch nicht. Das ist ne, also, dieser Fokus da drauf, immer zu schauen, irgendwie, ob wir gut genug sind. Dadurch sind wir das scheue Reh. Dadurch sind wir immer in der Position von Mache ich gerade alles richtig? Und das ist ne Position, aus der wir nur verlieren können, weil manchmal hier und da bekommst du, bekommst du dann Lob dafür und dann manchmal funktioniert deine Taktik. Und dann denkst du, okay, ja, genauso sollte das laufen, aber die anderen 90 Male, 90% der Male, funktioniert's halt nicht. Aber das ist dann so für dich, okay, das, das muss ich dann abhaken von, ich muss einfach versuchen und dann klappt sie und da mal und wenn ich glücklich bin, dann fühlt sich das, oder wenn ich Glück habe, dann fühlt sich das auch gut an und es redet mal eine Frau mit mir und dann bin ich auch gut genug. Und was dann, dann kommst du auch weiter damit oder was auch immer. Nee, das ist, das passt halt nicht. Unser Selbstwertgefühl ist direkt, korreliert, korreliert direkt damit, wie glücklich wir im Leben sind, wie, wie unsere Beziehungen aussehen, was für ein, was für ein Leben wir führen. Also ob es jetzt auch finanziell oder was auch immer in anderer Weise gesundheitlich aussieht. Wenn, wenn wir von uns selber denken, dass wir nicht gut genug sind, warum sollte ich dann meinen Körper in irgendeiner Weise mit guter Nahrung füttern, wenn ich sowieso denke, das habe ich nicht verdient. Warum soll ich dann meine, in meinem Leben, in meinem Beziehungsleben tolle Frauen in mein Leben lassen oder auf tolle Frauen zugehen oder Frauen, die ich attraktiv finde, wo mein Herz schneller schlägt, wenn ich sowieso denke, ich bin nicht gut genug. Dann lande ich doch bei Frauen, die mir nicht gut tun, weil das habe ich ja verdient. Genau. Und das ist Käse, das ist einfach Käse. Wir fangen bei uns selber an. Ich muss von mir selber wissen. Ich darf das von mir selber wissen, wenn du so möchtest. Aber das ist alternativlos. Wir dürfen von uns selber in den größten Tönen sprechen. Das heißt, das hat dann nichts mit Arroganz zu tun und so weiter. Arroganz ist, wenn es nicht fundiert ist und wenn wir uns über andere hinabsetzen. Aber das ist ja damit nicht gemeint. Wir sind trotzdem auf dem Boden geblieben und trotzdem wissen wir, was für eine Größe wir haben. Und dass wir mehr wert sind, dass wir mehr wert sind, als einfach schlecht behandelt zu werden. Dass wir mehr wert sind, als dass uns eine Frau viermal fremd geht und wir dann 30 Jahre mit ihr zusammen sind und was auch immer. Das ist alles selbst wert. Ich bin mehr wert als das billige Fastfood-Essen, was ich in mir hineinstopfe. Meine Gesundheit ist mir mehr wert. Ich bin mir mehr wert. Das hat alles damit zu tun. Ja. Deswegen ist es auch einfach nicht eine magische Pille, die du schlucken kannst und dann funktioniert auf einmal alles. wir würden komplett unehrlich sein, wenn wir sagen, hey, du brauchst einfach nur hier diesen Videokurs. Gar kein Problem. Schau dir das an und dann reicht das. No, es ist Arbeit. Es ist Arbeit. Die darf auch Spaß machen, aber manchmal ist Arbeit eben auch anstrengend. Aber wir müssen, wir dürfen, Entschuldigung, siehst du, die Programmierung steckt auch in mir. Ich bin nicht perfekt. Ich habe genau dieselben Ängste und dieselben Limitationen wie wir alle. Das Ding ist ja, also gerade nochmal, um da reinzukriegen, weil es ein guter Punkt ist, weil wir beide genau diesen Stolperer gehabt haben. Das Ziel ist nicht, es perfekt zu machen. Das Ziel ist nicht, perfekt das auszutauschen. Genau wie in der Meditation. Das Ziel ist nicht komplett, nichts zu denken. Das Ziel ist herauszufinden, guck mal, ich denke gerade und ich schifte meine Aufmerksamkeit wieder zum Nichtdenken. Das Ziel ist herauszufinden oder das Bewusstsein zu haben. Jetzt habe ich gerade Muss gesagt und das hat eine ganz, ganz wichtige oder ganz interessante energetische Verbindung und die ist nicht gut. Deswegen Bewusstheit auf Muss, lass uns mal umtauschen durch dürfen und dann einfach den Satz neu beginnen. Es geht nicht darum, es von vorne bis hinten perfekt zu machen, sondern die Bewusstheit zu schaffen, dass wenn es mal gerade nicht in die Richtung geht, wo ich hingehen möchte, wieder anpassen. Sorry. Jawohl. Hey, wir dürfen noch den nächsten Kommentar sehen. Wir haben ja noch einige. Genau. Und das ist, glaube ich, von einem anderen Coach, von der Sabine Thiel. Sie schreibt, Andi, weiter so. Ich werde auch mal ein paar Videos für Männer drehen, da es noch viel zu viele Mythen über die Einstellung der Frau gibt. Unglaublich, wie falsch wir eingeschätzt werden. Dankeschön. Klar. Wir Männer werden ja auch falsch eingeschätzt. Das ist es ja. Es gibt zu viele Gedankenleser da draußen. Ich weiß nicht, wo die alle hergekommen sind, ob die alle in Hogwarts studiert haben, aber alle denken ständig, sie wissen, was in den Köpfen anderer vorgeht. Männer denken, sie wissen, dass Frauen nicht auf sie stehen. Frauen denken, sie wissen, dass die Männer nur aufs eine aus sind. So viel Quatsch, der draußen existiert, der nicht existiert, von dem wir ausgehen, dass er existiert. Am Ende wollen wir doch alle dasselbe. Jetzt mal ohne Mist. Wir wollen doch alle mit jemandem zusammen an der Seite vertraut sein, glücklich sein, Intimität genießen, zusammen ein Zuhause aufbauen, geliebt werden, gehört werden, respektiert werden, gesehen werden. Das ist doch jetzt nicht wirklich neu. Was neu ist, ist, dass wir das Ganze jetzt im Internet versuchen zu finden und dass wir halt noch mehr Ausreden haben, nicht mehr auf andere zuzugehen, dass die Familien immer kleiner werden und wir dadurch keine Rollenbilder mehr haben wie unseren großen Bruder, mehr Geschwister, von denen wir Sachen lernen können, wie Dating, wie Flirten funktioniert und dann werden wir immer introvertierter, immer schüchterner, verbringen nur noch die Zeit zu Hause vorm Rechner oder fliehen in die Arbeit und verbringen super viel Zeit damit, mehr Geld zu verdienen oder den nächsten Statuspunkt zu erreichen in unserer Karriere, weil wir denken, dieser Statuspunkt, der bringt uns dann das große Glück. Aber am Ende wollen wir doch alle dasselbe mit ein paar Ausnahmen, mit ein paar Extremen, die es immer gibt, die die Regel bestätigen. Es ist wirklich unglaublich, wie viele, auch der allererste, der gedacht hat, als Dating-Coach müsstest du doch ständig Frauen flachlegen, oder? Nee, warum sollte ich das wollen? Willst du das? Ganz ehrlich? Nee. Ich wette, derjenige, der gerade zuschaut, du, das ist nicht dein Ziel. Eben. Und diese, wie heißt die Sabine? Ist eben auch nicht ihr Ziel. Ist doch klar. So, manchmal sprechen wir unterschiedliche Sprachen. Ja. Manchmal sprechen wir unterschiedliche Sprachen. Männer vom Mars, Frauen von der Venus, all diese Geschichten. Okay. Fair. Manchmal haben wir unterschiedliche Verständnispunkte, an die wir angelangt sind. Aber wenn wir ehrlich sind, unabhängig sind, dann könnten wir alle viel schneller zueinander finden. Viel schneller. Okay. Kommen wir zu Professor Hu. Der sagt, oh, ich weiß, wer das ist. Er sagt, ich halte seit 40 Jahren auf dem Dating-Markt durch, werde bald 55. Wie viele Jahre muss ich noch durchhalten, bis ich eine Frau finde, mit der ich eine Familie gründen kann? Lass uns das mal durchrechnen. Das sind bestimmt noch 7,38 Jahre, die du jetzt noch durchhalten musst. Statistisch. Aber das Geile ist der Nächste. Auch wieder ein Pappenheimer, der sich ständig alles schwarz malt. Er schreibt, vergiss es. Frauen, die fünf oder mehr Typen hatten, sind kaum mehr bindungsfähig. Mit über 50 noch was Junges und Reines zu finden. Alter, Alter. Als ob du so rein wärst. Und wenn du jetzt kommst mit, naja, wir Männer, wir wollen was anderes als Frauen. Hatten wir gerade schon. Was wir wollen, ist ungefähr dasselbe. Wir wollen alle geliebt werden. Okay. Er sagt, wenn du über 50 was Junges und Reines zu findest, unrealistisch, wenn du nicht aussiehst wie Brad Pitt. Natürlich. Natürlich. Wir alle müssen ja nur vor die Straße gehen, nur die Tür aufmachen und draußen jeder Mann, der dort mit einer Partnerin rumläuft, sieht Brad Pitt wie aus dem Gesicht geschnitten. Krass. Die wurden alle geklont. Brad Pitt ist überall zu finden. Und die ganzen Singles, die sind was? Quasimodo? Also die Welt besteht nur aus Extremen oder was? Nur extreme Topmodels und diejenigen, die es niemals werden können. Sieht so die Welt aus, ist die Welt wirklich schwarz-weiß oder ist die Welt mehr bunt? Graubereich? In einer Skala anzuordnen. Manche Menschen sind vielleicht gut im Radfahren, dafür aber schlecht im Frauenansprechen. Manche Menschen sind vielleicht gut im Malen, Musik machen, dafür aber schlecht in Zahlen, Logik. Andere sind gut in Physik und so weiter und so fort. Manche haben nun mal ein ästhetisch, wie nennt man das? Nicht ästhetisch, sondern symmetrisch. Ein symmetrisches Gesicht, was irgendwelchen Standards entspricht. Okay, toll. Dafür sind sie vielleicht übergewichtig. Dann hast du vielleicht welche, die sind, haben genau den perfekten BNI, aber haben dann vielleicht Pickel. Also meine Güte und trotzdem, überall wo du hingehst, siehst du Pärchen. Mach die Augen auf, Alter. Das ist doch so ein Schwachsinn, was der schreibt. Und wenn dein Anspruch ist, wenn, wenn dein Anspruch ist, ich will aber nur die Topmodels daten. Ich will nur Heidi Klum, ich will nur die Margot Robbys haben auf der Welt. Entweder musst du dann anfangen, dich genauso wie sie in der Karriere krass ins Zeug zu legen und auch ständig Sport zu machen und super charismatisch zu werden, offen, optimistisch, lächelnd, eine Persönlichkeit, die, wenn man sie anschaut, dass man denkt, wow, ich möchte gerne in ihrer Nähe sein und das bist du bestimmt nicht, denn ansonsten hättest du nicht diesen weirden Umstand, den du sagst, ich darf nur Topmodels kriegen, weil wenn du dieser Mann wärst, dann wärst du auch in diesem Milieu und würdest auch solche Frauen kennenlernen. Also bist du es nicht. Also hast du ein komplett überschätztes Selbstbild. Du hast wahrscheinlich super viel Entitlement, dass du denkst, ja, ich habe das alles verdient, man hat mir das ganze Leben lang noch nicht das gegeben, was mir eigentlich zusteht, ich sollte eigentlich die ganzen Frauen kennenlernen und die sollten mir alle zu Füßen legen, Alter Falter, dann musst du echt zum Psychologen, weil dann haben wir es mit so Typen zu tun, wie den ganzen Jungs, die da in den USA in die Schule gehen und Peng, Peng, Peng machen. Also, Alter Falter. Ja, auch auf die Frauensicht, so Frauen, die fünf Typen oder mehr hatten, sind kaum mehr bindungsfähig. und das ist so, seit wir damals auch unsere Reise begonnen haben, war das schon so im Tenor von Männern. Wir als Mann, wir müssen ganz viel Sex haben, ganz viele Frauen rumkriegen und so weiter und dann auch diese Worte, wir müssen mit ganz vielen Frauen schlafen oder beziehungsweise halt so die rumkriegen, also etwas machen, wir müssen so eloquent und besser sein, sodass wir hinter deren Torwächter kommen und sie so für uns einnehmen, dass sie auf jeden Fall dann, dass die uns dann ihren Körper geben, so als ob wir sie halt dazu manipulieren müssen. Aber also, wir müssen halt etwas tun und wir sind nur dann richtig krasse Männer, wenn uns viele Frauen begehren, wenn wir mit vielen Frauen geschlafen haben und sagen dann aber im gleichen Atemzug, eine Frau darf das nicht haben und das ist dann so, also das ist halt nicht ganz durchdacht, weil es gibt halt nicht endlos viele Menschen und auf der Welt, obwohl du niemals alle treffen kannst, aber das würde halt auch bedeuten, dass du auf dem Ast oder den Ast sägst, auf dem du sitzt, genau so sagt man, weil du sagst dann so, ich bin für sexuelle Offenheit, mich musst du sexuell offen behandeln, ich darf ganz viel rumvögeln, aber du Frau darfst das nicht und das ist halt so echt extrem kurz gedacht, weil eine Frau, die du dafür schämst, also quasi so missbilligst, dass sie sexuell sich ausprobiert und damit sich selber kennenlernt, die wird die wird dich halt auch nicht attraktiv finden oder dich nicht interessant finden, weil sich auszuleben, auszuprobieren, das ist was völlig normal ist, weil wie wir auch gerade schon im anderen Punkt gesagt haben, oder wie Andi auch gerade schon im anderen Punkt gesagt hat, wenn ich eine Auswahl habe und mich aus der Auswahl entscheide, dann ist doch die Auswahl ehrlicher, als wenn ich keine Auswahl habe und dann direkt den Nächsten nehme oder das Nächste Beste dafür nehme, weil ich ja gar nicht weiß, was die Auswahl ist und wenn ich aber herausgefunden habe, wer ich bin, weil ich mich entsprechend mit anderen Menschen befasst habe und das Selbstbewusstsein entwickeln wir nur im Kontext oder im Zusammenhang mit anderen Menschen, dann damit auch das sexuelle Selbstbewusstsein, was bin ich überhaupt bereit zu geben, zu tun, zu empfangen und so weiter, vor allem empfangen, gerade für Männer, das ist ein wichtiger Punkt, also gerade auf der sexuellen Ebene, Frauen wollen euch so oft was Gutes tun, aber gerade wenn Männer aus der Nice-Guy-Schiene kommen, denken sie dann, nee, nee, das ist ja alles Arbeit, für die uns Frauen wollen ja gar keinen Sex und deswegen muss ich ganz viel arbeiten beim Sex und so weiter und diese, das ist halt der Ast, auf den wir dann selber sehen, wenn wir sexuelle Offenheit wollen, dann müssen wir das jedem ermöglichen und jeder darf sich so ausprobieren, wie er möchte. Ja, also wenn eine Frau halt mit fünf oder mehr Männern geschlafen hat, dass sie kaum mehr bindungsfähig ist, das hat damit nicht direkt was zu tun, es gibt natürlich eine gewisse Kausalität dazu, nicht Kausalität, Korrelation dazu und die ist, die ist begründet auf dem Faktor von Unsicherheit, auf mangelndem Selbstwertgefühl, aber genau diese gleiche Korrelation, die finden wir auch bei Männern, also in beiden Extremen, entweder mit extrem vielen Frauen geschlafen haben oder extrem viel eigentlich, was Männer eigentlich machen ist, sie bauen sich den Status auf in sämtlichen Bereichen, um einen höheren Status von Männern zu haben, also entsprechend um Männer zu beeindrucken, Männer wollen Männer beeindrucken, nicht Frauen, also entweder haben sie halt ganz viele Bekanntschaften oder keine und das ist halt, ja, das ist die gleiche Thema hier, also das hat dann auch entsprechend mit extremer Unsicherheit zu tun. Und mit Ausreden. Und mit Ausreden. Aber gut, okay. Das Geile ist, ich weiß, dass diese Herren nicht diejenigen sind, die von unseren Videos, von unseren Coachings, von dem Podcast profitieren und es gibt genügend die von unseren Podcasts und von unseren Folgen, unserem Coaching profitieren und auf die möchten wir uns auch konzentrieren, weil ihr habt es auch verdient, weil ich weiß, euer Herz ist am rechten Fleck. Also, lasst uns doch zum nächsten gehen, bitte. Genau. Wieder was Positives von der Lila Lula. Als Frau kann ich nur sagen, befolgt seine Ratschläge, bitte. Oh, das war's schon. Okay. Das war's schon. Frauen sind da ein bisschen knapper, was sowas angeht. Du hast aber auch die ganzen Mädels daraus sortiert, dass die jetzt alle hier mir Honig ums Maul schmieren, oder? ich konnte leider die Mädels nicht finden, die hier was anderes ums Maul schmieren möchten, was auch immer das sein mag. Ich wusste nicht, wo der Satz aufhört, als ich ihn angefangen habe. Passt. Danke. Danke. Ich, ähm, äh, ja, cool, cool. Ähm, was sagt denn der Nächste hier? Was sagt denn der Nächste? Oh, da ist wieder der eine, der Tommy. Wenn Chad schweigt, dann ist er mysteriös und interessant. Wenn Hans Bierbauch das tut, ist er ein Langweiler. Ähm, okay. So, nehmen wir das doch einfach mal. Ey, ich möchte einfach mal genau diese Definition von Chad und Hans Bierbauch nehmen und, äh, und nehmen wir sie einfach mal für voll. Wer ist denn Chad? Ich weiß, Chad im Internet-Jungle ist halt der Typ, der ständig ins Fitnessstudio geht und deswegen halt krass muskulös ist. Okay. Ähm, was du sagst, äh, hat, 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 äh, hat einen Punkt, ein, ein Hauch Wahrheit drin. Das ist schon, da stimmt schon was. Wenn Chad schweigt, dann ist er mysteriös und interessant. Aber warum ist dieser Typ, der immer ins Fitnessstudio geht, mysteriös und interessant, wenn er schweigt? Weil wir anhand seiner Ausstrahlung offensichtlich sehen, dass er Dinge verkörpert, die anziehend sind, nämlich Disziplin und Selbstbeherrschung. Das ist krass. Es gibt nicht viele Menschen, die das haben, Disziplin und Selbstbeherrschung. Er hat das so sehr, dass er Tag ein, Tag aus, Tag ein, Tag aus, auch wenn es regnet, auch wenn es schneit, scheißegal, er geht zum Fitnessstudio, er macht sein Ding, er macht sein Ding, er macht sein Ding, und offensichtlich hat er Resultate. So, das sehen wir und dann denken wir, krass. Richtig. Richtig. Und deswegen, wenn er dann mit einer Frau redet, dann hat er schon mal andere Voraussetzungen als jemand, der Bierbauch hat. Wimmt. Weil Bierbauch, den hast du wahrscheinlich nicht aus Disziplin bekommen. Heute noch ein Bier und noch ein Bier und noch ein Bier und noch ein Bier. sondern wahrscheinlich, weil du dein Leben nicht so magst oder eben, weil du vielleicht auch auf einfach ganz viele Dinge und deine eigene Gesundheit scheißt. Und das ist eben nicht attraktiv. So. Müssen wir dazu noch irgendwas anderes sagen? Denke nicht. Oder? Es fängt halt wieder, es fängt wieder bei uns im Kopf an. Wenn ich mich halt schon für einen Hans Bierbauch sehe, also deswegen auch die Frage dann an dich, Tommy77, wer bist du in diesem Vergleich? Bist du Chad? Dann würdest du wahrscheinlich nicht kommentieren. Bist du Hans Bierbauch? Dann wirst du wahrscheinlich jammern. Was bringt dir das gerade zu jammern? Gut. Ja. Weiter geht's. Was gibt's noch? Hast du noch einen? Ich habe einen etwas längeren, ähm, positiven, jetzt muss ich sehr viel, sehr viel vorlesen. Sehr schönes Video, Andi. Zu Anfang, als ich auf den Kanal gestoßen bin, war ich skeptisch. Ist von Lord, Dragul, Trion, No, Sens, was auch immer. Vom Lord, sagen wir so. Ist ein sehr langer, Name. Als ich auf den Kanal gestoßen bin, war ich, äh, war ich skeptisch. Da oft der Bereich Self-Improvement und dem authentischen Zugehen auf Frauen im Alltag, toxische Maskulinität, sowie diese Red, Blue, Blackpill, Game, Riz Szene in einen Topf geworfen wird. Was selbst Freunde von mir so sehen. Aber wenn man die Inhalte rausfiltert und die richtigen Kanäle findet, wie euren, merkt man, dass eure Inhalte Substanz haben. Ich mache mir dadurch öfter Gedanken über mich selbst und welches Selbst ich überhaupt sein möchte. Ich möchte mich auch nicht zu sehr verkopfen, aber mehr und mehr im Klaren werden, was für Chancen ich im Alltag verpasse. Ich weiß, dass ich ein toller, selbstbewusster, empathischer und attraktiver Mensch bin und das auch auf Frauen ausstrahle. Es fehlt nur noch der letzte Funken, sich zu trauen und auch Körbe einzustecken. Ich bin zwar bestimmt halb so alt wie ihr, dennoch kann ich meinen Nutzen aus euren tollen Videos ziehen, da ich mich im persönlichen und im Frauenbereich weiterentwickeln möchte. Und so bekomme ich Nachrichten auf Instagram von jugendlichen Kerlen und meine Antwort ist eigentlich immer gleich, weil das sind meistens genau solche motivierten Männer und teilweise auch Männer, die einfach in eine Frau verschossen sind oder Jungs, die in eine Frau verschossen sind und die in ein Mädel verschossen sind aus seiner Parallelklasse oder so und er fragt, wie kann ich das machen und so weiter und meine Antwort ist immer gleich. Also es ist meistens irgendwas in diesem Format und zwar schön, dass du dich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt. Mega, mega gut. Davon wirst du in späteren Jahren noch sehr viel profitieren. Aktuell bist du in einer Phase deines Lebens, einem Kapitel deines Lebens, in denen ganz viel einfach so passieren wird, ob es dir gefällt oder nicht. Das ist die Phase, in der du ganz viel lernen kannst, in der du genießen darfst, in der du Sachen ausprobieren kannst und das einfach nur später, später in deinem Leben, später rückwirkend, rückblickend, besser gesagt, ein wichtiges Kapitel in deinem Leben sein wird, gewesen sein wird. Es bringt jetzt gar nichts, dir zu sagen, versuch das und das und das noch alles zu verbessern, weil das wäre vollkommen am Ziel vorbeigegriffen, was unsere Jugend eigentlich ist und unsere Jugend ist nicht Arbeit. Arbeit kommt später. Genieß es, solange du es jetzt noch hast. Diese Selbstverbesserung, das darf nicht, das sollte nicht zu einem, zu einer Art Droge werden, zu etwas, ich muss mich ständig selbst verbessern, ich muss immer an mir arbeiten, ich bin noch nicht gut genug, ich bin noch nicht gut genug, weil wenn wir dort sind, wenn wir mental an dem Punkt sind, dass wir uns ständig weiter verbessern müssen, dann sind wir fundamental davon überzeugt, dass wir nicht gut genug sind und das ist nicht richtig, dann haben wir Persönlichkeitsentwicklung falsch verstanden. Persönlichkeitsentwicklung bedeutet, ich bin gut so, wie ich gerade bin und ich habe Bock, mich zu verbessern. Diese beiden Wahrheiten gehen Hand in Hand. und du musst dich nicht selber geißeln für die Fehler, die du bisher gemacht hast, für das Unwissen, das du hast, nicht mal deine Schuld ist, was vielleicht einfach nur an deinem Alter liegt und gleichzeitig darfst du mit dieser Entspanntheit sagen, weißt du was, und trotzdem ein Prozent besser geht. Es geht, es muss aber auch nicht. Du kannst dir auch mal eine Auszeit gönnen und mal wieder runterkommen und einfach mal das Leben genießen, ein paar neue Hobbys beginnen, in dem Alter, weiß ich nicht, was da deine Hobbys sind, aber genieß dein Leben, das Kapitel, das du gerade hast, weil du, wer weiß, irgendwann ist es vorbei. Alter, ich denke da immer wieder auch an einen von unseren Teilnehmern, der kam zu uns, der war Mitte 30 und der hatte zum Ziel, dass er endlich die Richtige kennenlernt, aber er hatte eine lange Beziehung und diese Beziehung ging in die Brüche und er wollte wieder lernen, wie es ist, in diese Fülle, in diese Freiheit, in diese Gebermentalität zu kommen, mit Frauen schöne Kapitel zu schreiben, sein Leben wieder zu lieben. so und der, der, ich versuche gerade seinen Namen zu umschreiben, Dominik, weißt du, wen ich meine? Der Schiri, Schiedsrichter war, Fußballschiedsrichter war. Ja, ja, und, ja, und dann war er zwei Monate im Coaching etwa bei uns oder sechs Wochen und hat erzählt und ich habe jetzt das und das ausprobiert in der Flirtmasterclass, neue Sachen erlebt, wow, es macht Spaß und jetzt war ich auf einem Date und jetzt war ich wieder auf einem Date und es war ein richtig wunderschönes Date, es macht richtig Spaß gerade, voll geil, ich bin froh, ich bin gespannt, was jetzt noch kommt und was dann kam, war erst mal Funkstille, weil wir dann nichts mehr gehört haben von ihm, nachgehakt, nachgehakt, nachgehakt und dann kam irgendwann raus, dann hat sich, ja, hat irgendwann jemand aus der Familie geantwortet und gesagt, ja, der Gute ist leider verstorben und, ähm, das ist krass, wenn, wenn du mitten im Leben bist und du bist gerade dabei, dich zu verbessern, etwas zu machen, was dir Spaß macht, weißt du, diese ganzen Floskeln, wie der Weg ist das Ziel, ähm, die sind so, das sind Klischees, weil, weil wir es satt haben, es zu hören, aber ein Klischee ist nicht unbedingt unwahr, nur weil du satt bist, es zu hören, vielleicht bist du satt, es zu hören, weil es wahr ist und weil du dich noch nicht daran gehalten hast, dann vielleicht sollten wir uns wirklich mehr auf die Reise verlassen und darauf vertrauen, dass wir Schritt für Schritt schöne Geschichten schreiben und nicht die ganze Zeit versuchen, irgendein Ziel nachzueifern, weil irgendwann ist halt vielleicht das Licht aus, früher als wir denken, who knows. Jetzt haben wir schon einige, einige Kommentare hier schon durchgearbeitet und wir haben noch so viele mehr und die Folge, wir wollen sie nicht zu lang machen, deswegen machen wir hier mal den Cut, würde ich sagen, Andi, oder? Okay, cool, dann machen wir das. Habt ihr Bock drauf, wollen wir nochmal Kommentare beantworten, von dir, von euch? Wenn ja, dann schreibt mir einen Kommentar und dann lesen wir ihn und dann können wir ihn demnächst ebenfalls beantworten. Wenn ihr Lust drauf habt, also lasst uns wissen, sagt uns Bescheid in den Kommentaren, ob ihr Bock drauf habt, auch auf Spotify übrigens, könnt ihr ebenfalls uns Feedback hinterlassen, da steht immer am Ende der Folge, wie hätte die Folge gefallen, hinterlasst uns einen Kommentar und dann kannst du das ebenfalls machen. Die Kommentare sehen wir ebenfalls. Also, wir freuen uns auf die nächste Folge, auf weitere 100 neue Folgen, ein wunderschönes Kapitel, eine Ära, geht nicht zu Ende, aber sie geht weiter. Also, bis dann, meine Lieben, bleibt am Ball, ihr seid es wert. Fahrt vorsichtig. Fahrt vorsichtig, natürlich, wie kann ich nach 100 Folgen den Fehler machen? Fahrt vorsichtig. Fahrt bis Nummerf Uhr. Bis zum nächsten Mal ein annat.